Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir lernen die sieben Tage der Woche oder die sieben Wochen Tage. Der Dienstag. Das Substantiv, das Adverb Dienstags. Es bedeutet jeden Dienstag. Heute ist Dienstag. Der Dienstag ist ein Arbeitstag. Dienstags arbeiten wir. Oder wir arbeiten dienstags. Beachten Sie, das Prädikat hier arbeiten steht im deutschen Hauptsatz immer an Position 2. Dankeschön.